I heard a song today Herzlich Willkommen in Unterkumbach direkt neben Herzbuck im Nürnberger Land zum Minuswetter 136 Oh, wahrscheinlich kein Anruf Herr Wigdanser, was gehört? Ja, Frau Mustermann, selbstverständlich Ja, es gibt natürlich noch Karten für die Filmgala Dolores auch der Regisseur Michael Rösel und die TV-Moderatorin Christina Ringer kommen und ganz viele Menschen aus den Filmgruppen des Gymnasiums übrigens von den Jahrgängen 1960 bis 2000 11 ganz tolle Oldtimer sind schon angemeldet und wenn sie im Stil der 60er Jahre gekleidet kommen, dann kosten die reservierten Karten nur noch 1 Euro Ja, um 6 geht's los und da gibt's dann schon was zu essen und köstlichen Sekt und um 7 beginnt die Moderation, um halb 8 geht dann der Film los Ach ja, und auf der Sonderseite der Filmgala haben wir zwei neue Videos vom Kochblog Radio eingestellt in einen erklärt Regisseur Michael Rösel die Hintergründe zum Film und dem anderen erkläre ich die Hintergründe zu unseren Massivholzmögen Ja, gerne, dann reserviere ich vier Karten mit dem Namen Erika Mustermann Ich freue mich auf Ihr Kommen, auf Wiederhören! Sie erfahren im Newsletter auch, was das neue Wohnzimmer aus fränkischem Kirschbaum mit den syrischen Flüchtlingen aus Hoppe zu tun hat und warum wir die Arbeit der Flüchtlingshelfer sehr gerne unterstützen Die Möbelmacher, Herrig Ganser, bis Gott Ja, Karten für den fränkischen Sommer am Freitag gibt's natürlich noch allerdings nicht bei uns, sondern Sie können sie direkt bei der Strucker Zeitung abholen oder im Internet bestellen unter fränkischem Sommer.de Genau, ja, freue mich, wenn Sie kommen am Sonnestag Um 19 Uhr ist Einlass, da gibt's auch schon was zu essen und einen köstlichen Sekt von der Henne und um 20 Uhr beginnt dann das Konzept Wunderbar, bis bald, auf Wiederhören! Ja, und dann zeigen wir Ihnen noch den geschwungenen Esstisch aus massivem Ahorn mit einer Graniteinlage in unserer Ausstellung und den neuen Stuhl Oskarini von Jürgen Wir freuen uns auf Ihren Besuch, egal ob zum fränkischen Sommer oder wann immer Sie Zeit haben Herzlich Willkommen in Untergrumbach und bis bald!